Hallo, mein Name ist Johannes Preiser-Kapeller. Ich arbeite an der Abteilung für Byzanzforschung des Instituts für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und beschäftige mich dort unter anderem mit Fragen der Umwelt und Klimageschichte im Mittelmeerraum, aber auch in globaler Perspektive. Und daraus, aus diesem Forschungsbrech stammt auch das Thema der heutigen Präsentation Unruhe am Firmament Könige, Kometen und andere Himmelserscheinungen im christlichen und globalen Mittelalter. Das war ursprünglich ein Vortrag, den ich letztes Jahr im Dezember am Planetarium in Wien halten durfte. Ich bin aber jetzt erst dazu gekommen, ein Video dazu zu erstellen und das hier hochzuladen. Und ich hoffe, dass dieser Überblick einiger Aspekte, wie Himmelserscheinungen in den Gesellschaften des globalen Mittelalters gewirkt haben, dass die von Interesse sind. Wir befinden uns damals, also im letzten Jahr und auch heute, kurz vor Weihnachten, aber es soll in diesem Vortrag eben nicht um den Stern von Bethlehem gehen, der normalerweise auch dann in den Medien die Seiten füllt rund um das Weihnachtsfest, wenn es um Himmelserscheinungen geht, sondern um andere Himmelsphänomene, die vor allem in der Zeit ab der Christianisierung des Römischen Reiches und in den folgenden tausend Jahren Auswirkungen hatten oder Interpretationen hervorriefen in verschiedenen Gesellschaften, vor allem aber auch mit einem Fokus auf das christliche Mittelalter. Dabei möchte ich drei Aspekte herausgreifen. Der erste ist in hox signo vinces, also es geht hier um die Legitimation von Herrschaft und Herrschern, aber auch die Deutung von Himmelserscheinungen als Vorzeichen des Endes von Herrschaften, besonders im Bereich des christlichen Mittelalters von der Spätantike bis eben ins hohe Mittelalter. Dann eine besondere Episode, das sind die Jahre um 536 und die folgenden Jahrzehnte, die auch als spätantike kleine Eiszeit bezeichnet wurden. Da geht es auch um verschiedene Himmelserscheinungen, die Rätsel verursacht haben in der modernen Naturwissenschaften und aber mit neuen, rezenten Erkenntnissen, wenn man so will, auch enträtselt werden konnten. Und im dritten Teil geht es um ein Ereignis, das vielleicht vielfach gar nicht bislang zur Kenntnis genommen wurde, weil es auch von den Zeitgenossen nur begrenzt zur Kenntnis genommen wurde. Das ist das sogenannte 775-Event in der Zeit von Karl den Großen und über dessen Hintergründe werden wir dann am Schluss sprechen. Beginnen wir mit in hox signo vinces oder in tuto nica, also in diesem Zeichen wirst du siegen. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das war angeblich die Weissagung für Kaiser Konstantin, später genannt der Große, der im Jahr 312 vor einem entscheidenden Kampf stand gegen einen Konkurrenten um die Macht im Westen des Römischen Reiches. Der wurde dann entschieden in der Schlacht bei der Milvischen Brücke, also einer Brücke bei Rom. Und angeblich, so die spätere christliche Deutung, erschien eben da dem Kaiser entweder im Traum oder am Himmel ein kreuzförmiges Zeichen, das ihn darauf hinwies, dass der Gott der Christen, die ja bis zu diesem Zeitpunkt eine verfolgte Minderheit waren, dass dieser Gott ihm wohlgesonnen sei und wenn er mit diesem Zeichen in die Schlacht ziehen würde, würde er die Schlacht gewinnen. Und das hat dann eben Konstantin getan und hätte dann deswegen seine Gunst den Christen zugewandt. Das ist eben die Deutung, die sehen Sie hier auch in den päpstlichen Palästen im Vatikan dargestellt, hier in den berühmten Stanzen oder Fresken des Raphael. Tatsächlich stellte dann Kaiser Konstantin dieses Symbol des frühen Christentums, das Christogramm, also die Kombination der griechischen Buchstaben Chi und Ro, des Beginns des Namens Christos im Griechischen, auf seine Münzen. Wie weit er aber selbst dann überzeugter Christ wurde, das ist bis heute umstritten in der Forschung. Er hat sich vorher durchaus auch sogenannten heidnischen Göttern zugewandt, etwa dem, gerade auch unter den Soldaten, sehr populären Sol Invictus, dem unbesiegbaren Sonnengott, der ja auch ein Fest hatte, das in Nähe des Festes stand, das dann das christliche Weihnachtsfest wurde. Und der naturwissenschaftliche Hintergrund dieser Vision, die er hatte, der hängt natürlich auch davon ab, was man annehmen möchte, das Konstantin gesehen hat. Wenn man nun annehmen möchte, es ist tatsächlich die christliche Deutung, die, dass er eben eine kreuzförmige Form am Himmel sah, dann hat etwa Peter Weiß in zwei Aufsätzen den Vorschlag gebracht, dass es sich hierbei um ein Halo handelt. Also eine Lichterscheinung am Himmel, die durch die Streuung des Sonnenlichts durch verschiedene atmosphärische Bedingungen, also verschiedene Staub- und Dunstschleier hier entstehen kann, also wo man auch von Nebensonnen spricht. Diese Neben- und zusätzlichen Strahlungsphänomene am Himmel oder Lichtphänomene am Himmel, die können in verschiedener Häufigkeit auftreten. Ich empfehle hier das Buch von Michael Vollmer, Atmosphärische Optik für Einsteiger, der etwa hier eine solche Tabelle liefert, der Häufigkeit von verschiedenen solchen Zusatz-Sonnen- und Halo-Erscheinungen. Und einige von denen sind relativ häufig, also auch im Rahmen der gesamten Beobachtungen, die er hier ausgewertet hat, einige sind sehr selten. Also diese spektakuläreren Phänomene, auch wo man so etwas wie ein Kreuzzeichen sehen möchte, die sind relativ selten. Das sind einige historische Beobachtungen, also solche Halo-Erscheinungen wurden dann etwa hier auch schon im 17. oder im 18. Jahrhundert von Beobachtern auch aufgezeichnet und da kann man auch dann rekonstruieren, welche Halo-Erscheinungen hier an diesen Tagen an einem bestimmten Ort sichtbar waren. Und eben eine Deutung ist, die finden Sie auch etwa bei Klaus Schiradet in seinem Standardbuch über die Religionspolitik des Kaiser Konstantins, die übernimmt auch diese Deutung von Peter Weiß, ist eben, dass Konstantin eine solche Halo-Erscheinung erlebte, die eben gedeutet werden konnte als ein Kreuzzeichen oder vielleicht sogar weiterführend eben als ein kreisförmiges Chiro, also Christogramm, wie man es dann eben auch in verschiedenen Bildwerken findet und dass das quasi dann so gedeutet worden sei in Richtung einer Unterstützung durch den christlichen Gott. Aber wie erwähnt, wenn man jetzt postulieren möchte, dass es sich um ein solches Halo handelt, dann folgt man eben der christlichen Deutung. Und das war aber keineswegs die einzige, die damals kursierte. Wie gesagt, Kaiser Konstantin hatte sich auch vorher schon verschiedenen heidnischen Göttern zugewandt und wenn wir hier nur zwei Texte vergleichen, da ist eben die christliche Deutung bei Lactant, seinem zeitgenössischen Autor, der eben da spricht von diesem Chiro und das eben hätte Konstantin, hier ist es im Schlaf gesehen, andere sagen eben, es ist eine Vision am Himmel und hätte ihn dann inspiriert, eben dieses Zeichen auf seine Schilde zu geben. Aber es gibt eben aus dieser Zeit auch noch heidnische Deutungen, auch eben heidnische Rhetorenredner, die im Umfeld des Kaisers tätig waren, hier etwa aus einer Rede, der in dem Panigurici Latini überliefert ist, da ist das Unglade, da steht, irgendein Gott hat quasi seine Gunst dem Kaiser zugewandt und da ist natürlich auch keine konkrete Rede, dass das ein christliches Symbol gewesen wäre. Das heißt, das mit dem Halo in der Form oder in der Deutung funktioniert vor allem dann, wenn man sich der christlichen Deutung anschließen möchte, die aber wie gesagt nicht die einzige ist und das ist natürlich immer das Problem, auch das, was Menschen beschreiben, was sie gesehen haben mögen, ist ja schon gefiltert durch das, was sie quasi auch erwarten, also die Bildwelt oder die Symbolwelt, die sie in ihren Köpfen haben und dann wird etwas, das ein anderer vielleicht anders wahrnehmen möchte, dann eher als Kreuz oder als Christogramm gedeutet. Das ist natürlich ein Problem bei solchen Deutungsversuchen auch in der modernen Wissenschaft. Zweifelsohne ist es aber so, dass natürlich die Sonne oder diese Lichterscheinungen oder auch der Kaiser selbst, der als leuchtender Stern auftritt, auch eine weitere Rolle spielen bei der Legitimation kaiserlicher Herrschaft nach Konstantin, auch schon davor, aber auch danach, auch in der römischen Herrschaft, im Römischen Reich im Osten, also in Konstantinopel, im Neuen Rom, das ja auch nach dem Untergang des Weströmischen Reiches 476 bis ins 15. Jahrhundert weiter besteht und das ist hier ein Beispiel aus dem 12. Jahrhundert nach Christus. Das wurde von einem der berühmtesten Dichter der damaligen Zeit, Theodoros Prodromos, verfasst, dieses Gedicht aus Anlass eines Auftritts des damaligen Kaisers Johannes II. Komninos im Hippodrom in der großen Pferderennbahn, wo sich auch ein großer Teil der Bevölkerung Konstantinopels versammelte um den Kaiser zuzujubeln und da wird eben der Kaiser aufgerufen, er möge aufgehen, selbst Herrscher der Romer, gehe auf, deinen Dienern leuchtet einen Untertanen, wie ihm die Sonne möge er die Erde erleuchten. Also diese Symbolik wird hier weitergeführt. Das heißt Himmelserscheinungen und Herrschaft in irgendeiner Form werden eng verknüpft in christlichen Kulturen, aber auch in nicht christlichen Kulturen. Ein Beispiel aus einer nicht christlichen Kultur ist in China die Idee des Mandats des Himmels, dass also der Herrscher, der Kaiser vom Himmel als Regent eingesetzt wurde und der Himmel auch seine Gunst, aber auch dann den Entzug der Gunst durch Himmelserscheinungen kommuniziert an den Kaiser, aber auch an die weitere Öffentlichkeit. Das ist hier ein Text aus der Zeit der frühen Han-Dynastie im zweiten Jahrhundert vor Christus, also der zweiten, aber sagen wir, der ersten Dynastie, die viel längere Zeit China unter einer Herrschaft vereinigte. Da lesen wir etwa, wenn der Herrscher von rechter Art ist, dann stehen die Urkräfte, also gemeinsam Yin und Yang, in harmonischer Beziehung zueinander, Wind und Regen kommen zur rechten Zeit. Also auch die Witterung ist günstig, das Klima ist günstig, damit werden ja auch die Ernten entsprechend ermöglicht, glückverheißende Gestirne werden sichtbar und der gelbe Drache senkt sich hernieder. Also das ist ein Zeichen, dass der Himmel, wenn man so will, zufrieden ist mit dem Herrscher, aber eben das Gegenteil ist dann auch der Fall, also der Entzug des Mandats des Himmels und auch das Ende einer Herrschaft oder sogar einer Dynastie wird dann in der chinesischen Tradition oft angekündigt durch eine Häufung von Naturkatastrophen, also wo eben Wind und Regen nicht mehr zur rechten Zeit kommen, oder auch unglücksverheißende Gestirne oder gestirrende Himmelserscheinungen, die dann als Vorboten des Unglücks gedeutet werden. Also eine ganz ähnliche Idee, man hat es auch genannt, eine moralische Meteorologie, Meteorologie im Sinne nicht nur wie heute Witterung, sondern alles, was Meteora, schwebend am Himmel im griechischen Sinne, sichtbar ist und diese Himmelserscheinungen werden dann in einer moralischen Art und Weise als Ausweis, wenn man so will, der moralischen Güte oder der Befähigung zur Herrschaft des Herrschers oder einer Elite gedeutet. Konkret auch Bücher, die ich Ihnen dazu empfehlen kann, also das eine ist jetzt wirklich ein Handbuch über solche Naturphänomene und Himmelsphänomene und deren Deutung im frühen Mittelalter zwischen dem 6. und 11. Jahrhundert mit einem Fokus auf Westeuropa von Thomas Wotzenjagd aus dem Jahr 2020. Sie sehen 970 Seiten, da ist vieles drin, und ich werde auch vieles davon hier für diesen Vortrag verwenden. Und dann meine eigenen zwei Bände, da geht es vor allem um Klima und Pandemien, aber eben auch um die Deutung von solchen Phänomenen als Legitimation oder Delegitimation von Herrschern im Vergleich zwischen Antike, Mittelalter, Mittelmeerraum, Nahosten, Ostasien. Dieses Jahr im Frühjahr erschienen gemeinsam auch 820 Seiten. Also möchte ich empfehlen, habe es jetzt selber geschrieben. Thomas Wotzenjagd hat hier auch eine solche schematische Übersicht in seinem Buch, wo er auch klarlegt, welche Skalen wir hier haben, aus heutiger naturwissenschaftlicher Sicht. Also welche astronomischen und auch atmosphärischen Phänomene hier eine Rolle spielen können. Astronomisch eben auch Phänomene weiter außerhalb unseres Sonnensystems, etwa Supernova-Explosionen, die natürlich nicht jetzt im heutigen naturwissenschaftlichen Sinne, aber als bedeutende Ereignisse wahrgenommen und beobachtet wurden. Und zum Teil kann man dann heute rekonstruieren, welche Überreste von solchen Explosionen mit bestimmten in historischen Quellen beschriebenen Phänomenen verknüpft werden können. Und natürlich dann eine ganze Reihe von Phänomenen innerhalb unseres Sonnensystems, also Transite, Durchgänge von Venus oder Merkur vor der Sonne, dann natürlich Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse, Kometendurchgänge, aber dann eben auch schon, wenn man jetzt davon ausgeht, Auswirkungen auf die Atmosphäre, dann Polarlichter oder Meteoriteneinschläge, also wo eben dann schon solche Objekte oder auch Strahlungen auf die irdische Atmosphäre einwirken. Und da kann man eben auch, wenn man so will, von oben nach unten in der Atmosphäre durchgehen, von den Polarlichtern, die eben in der Aktion solarer Einstrahlung mit dem irdischen Magnetfeld sind, Meteore, die in die Atmosphäre eintauchen, dann eben auch bestimmte leuchtende Nachtwolken, dann schon erwähnt diese Halo-Erscheinungen, Streuungserscheinungen rund um die Sonne, dann, wenn man so will, übliche meteorologische Phänomene, extreme Witterung, Hage, Blitz, Donner, aber eben auch Auswirkungen in vulkanische Eruptionen, die große Mengen an Aerosolien die Atmosphäre entlassen, die dann auch zum Beispiel Trübungen verursachen können des Sonnenlichts, aber auch größere klimatische Auswirkungen haben können. All das kann ja eine Rolle spielen und wurde auch schon in Antike und Mittelalter beobachtet. Bei den Kometen ist es so, also bei den Schweifsternen, wenn man das so übersetzen möchte, aus dem Antiken, dass die auch in der antiken Tradition, auch im mittelalterlichen Text, hier zwei Beispiele aus dem 6. oder aus dem 8. Jahrhundert, auch meistens als unheilvoll gedeutet werden. Also der Komet wird meistens verknüpft mit dem Tod eines Königs oder als Vorbot einer Katastrophe, wobei das manchmal oft miteinander einhergeht. Also der Tod des Königs wird auch sonst oft von Katastrophen, Naturkatastrophen begleitet, um eben auch die Größe der Erschütterung des politischen Gefüges auch im Naturräumlichen zu verknüpfen. Hier immer eine Beschreibung von Gregor von Thur aus dem Frankenreich des 6. Jahrhunderts, wo dann auch eine Pest, einen Pestausbruch vorhergesagt wird oder mehr generell. Peter Venerabel ist im 8. Jahrhundert, der insgesamt hier diese Idee zusammenfasst, dass Kometen den Umsturz von Königsherrschaften, solche Kriegestürme und so weiter vorhersagen können. Ein solcher Komet, der ja tatsächlich regelmäßig wiederkehrt und der auch schon im Antik- und Mittelalter beobachtet wurde, das ist der Halaischer Komet, der ungefähr alle 75 Jahre sichtbar wird oder eben wieder in Erdnähe gerät. Und da sehen Sie, da gibt es, das hat Wotzenerck zusammengestellt, verschiedene Beobachtungen, die in verschiedenen Regionen gemacht wurden. Ob da was überliefert ist, hängt auch damit zusammen. Natürlich, was dann Texten überhaupt vorhanden ist, aber auch, wie jeweils gerade die Witterung war, also was man überhaupt sehen konnte. Im besten Fall haben wir dann wirklich parallele Beobachtungen von Westeuropa über den Mittleren Osten bis Ostasien, die dann eben auch es zum Teil erlauben zu rekonstruieren, also wie quasi der Komet auf der Erde sichtbar war über verschiedene Tage hinweg. Jetzt doch noch einmal zum Stern von Bethlehem. Da gibt es eine sehr berühmte, auch stilbildende Darstellung beim großen italienischen Maler Giotto, erhalten in Padua in einer Wandmalerei dort. Und da sehen Sie, das ist quasi der Stern von Bethlehem, wie man es auch dann später oft auf Bildern sieht. Und da ist sehr wahrscheinlich, oder das ist wohl kommunis Opinio, dass hier Giotto beeinflusst war durch eine spätere Sichtung des Allaischen Kometen im Jahr 1301. Also der hier offenbar sehr eindrucksvoll sichtbar war und dann auch seine Idee prägte, wie man diesen Stern von Bethlehem malen könnte. Der Stern von Bethlehem aber natürlich, wenn man ihn jetzt deuten möchte als Komet, wirft, wenn man so will, das Problem auf, okay, das ist ja ein solcher Komet, der jetzt nicht Unheil ankündigt, sondern das größtmögliche Heil für die Menschheit, die Geburt des Erlösers, jetzt in der christlichen Deutung. Und das hat man eben auch dann in den christlichen Texten, hier etwa bei Johannes von Damaskus, einem berühmten Theologen des 8. Jahrhunderts nach Christus, auch entsprechend dargestellt. Also im Gegensatz, wie man so will, zur traditionellen Deutung als Unheilbringer, haben wir hier einen Kometen, der hier eben die Geburt des Erlösers, des Heilands ankündigt. Und deswegen war es auch dann möglich im christlichen, dass man auch Kometen in eine andere, positivere Richtung deuten konnte. Ein Beispiel ist etwa jetzt im Byzantinischen Reich, wie das im Römischen Reich des Ostens, im Jahr 905, da wird dem Kaiser Leon VI der lange ersehnte männliche Thronfolge geboren, in Gestalt des Konstantins, später Konstantin der 7, die Porphyrogenetus, also der Purpurgeborene, das bedeutet, dass er geboren wurde, als eben sein Vater schon Kaiser war, gibt es auch ein eigenes, purpur ausgekleidetes Geburtsgemach im Kaiserpalast, und da lesen wir eben hier etwa bei Johannes Kylitze, seiner Chronik des 11. Jahrhunderts, Zoe, die vierte Gemahlin, gebart im Kaiser ein Söhnchen, bei dessen Geburt ein Komet am Himmel erschien. Seine Strahlen gingen nach Rosten, und er war 40 Tage zu sehen. 40 Tage ist natürlich auch immer eine symbolische Zahl, aber hier haben wir eben die christliche Deutung, dass ein solcher Komet hier auch ein glückseliges Ereignis, wie hier die Geburt eines Herrschers, ankündigen kann. Ambivalent ist es dann wieder bei einer anderen Deutung, also welcher Komet bis der 905 war, das wissen wir nicht genau, 837 etwa, haben wir ein Jahr, wo im Frühjahr der Hallesche Komet wieder auftaucht. Und da haben wir tatsächlich Beobachtungen aus verschiedensten Weltregionen, von Japan über China, den Mittleren Osten und bis hin zum Frankenreich, bis nach Westeuropa und in Frankenreich haben wir damals eine gewisse Beunruhigung, weil man eben diese antike Deutung kennt, bei Ludwig genannter Fromme, das ist der Sohn von Karl dem Großen, und der wird eben 837 ums Osterfest da beunruhigt, weil man diesen Kometen am Himmel sieht, und da lässt dann einen seiner Berater kommen, der hat auch den Beinamen Astronomus, also der kennt sich quasi da aus, und will sich von dem das deuten lassen, der versucht die dann irgendwie zu beruhigen, also er soll sich da jetzt nicht quasi irre machen lassen, also die Heiden glauben nur, dass da die Gestirne alles vorbedeuten, aber der Christ hat da ja eine andere Grundlage, trotzdem scheint eben der Ludwig nicht unbedingt beruhigt, also er widmet sich dann dem Gebet, aber es erweist sich dann dieser Komet jetzt nicht unmittelbar, als unheilvolles in den nächsten Tagen und Wochen gelingen dem Herrscher seine Pläne. Erst dann später, 840, stirbt dann tatsächlich Ludwig der Fromme, also dann doch einige Jahre später, wobei das auch oft so ist, dass durch solche Himmelserscheinungen oft dann auch retrospektiv mit Ereignissen verknüpft werden, die tatsächlich Jahre später stattfinden, also manche möchten dann, mögen dann sogar gesagt, der 837er Komet ist dann schon eigentlich Hinweis auf den Tod 840, also das ist auch nicht ganz, wenn man so will, klar geregelt, also wie lange nachher muss man was eintreten, damit man es mit dem Himmelsereignis verbinden kann. 1066 ist wieder ein Jahr, wo gerade auch in Europa und im Mittelmeerraum und in Byzanz der Halleische Komet sichtbar wird und da gibt es ja diese berühmte Darstellung auf dem Bildteppich von Bayeux, 1066 ist ja die Schlacht von Hastings, wo William der Oberer England erobert und auf diesem Bildteppich, der diese Geschichte darstellt, wird auch der Halleische Komet dargestellt, der damals die Menschen beunruhigt hat. Beunruhigt hat er die Menschen auch im Byzantinischen Reich, er wird auch beschrieben für Konstantinopel und dort wird er diesmal wieder dann retrospektiv natürlich gedeutet als Vorbote des Todes des damaligen Kaisers Konstantins des 10. Dukas, der dann einige Monate später 1067 tatsächlich verstirbt. Also wie gesehen, wie Sie sehen, das kann man immer dann auch deuten, je nachdem welche Ereignisse dann tatsächlich stattfinden und dann rückblickend kann man, wenn man so will, einen Sinn daraus machen, was uns jetzt dieses Himmelsereignis sagen wollte. Ein besonders interessantes Himmelsphänomen wurde auch im Jahr 1006 verzeichnet und zwar sowohl in Mitteleuropa, etwa hier in den Annalen von St. Gallen, also in der Schweiz. Da wird von einem neuen Stern berichtet und eine ähnliche Beobachtung schrieb auch der Zeitgenosse Ali Ibn Ridwan nieder. Das ist ein Naturwissenschaftler und Arzt, der in Kairo tätig war, in Ägypten. Und neuer Stern, davon kommt ja auch der Begriff der Nova, also der neue Stern lateinisch, dann eben auch der Supernova, weil eben diese strahlenden Erscheinungen als Geburt eines neuen Sterns gedeutet wurden. Was ja die heutige Naturwissenschaft weiß, dass es eher das Gegenteil ist, dass es das Ende eines Sterns, dem hier jetzt explosiv an das Ende seines Lebenszyklus kommt. Und um 1006 war, vor allem im christlichen Bereich, überhaupt die gesamte Stimmung sehr aufgeladen. Man erwartete, manche erwarteten die Endzeit, den Beginn der letzten Tage. Das ist der Wechsel des ersten Millenniums, des ersten Jahrtausends seit der Geburt Christi. Also vielleicht erinnern Sie sich an das, was also um vor 2000 herum kursierte. Aber es gab dann auch, wenn man so will, alternative Termine, wo man auch noch einmal gewisse Aufregung spürt. Etwa 1033, das wäre 1000 Jahre gewesen, nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung. 1064, da hat man berechnet, dass hier das Osterdatum am selben Tag zusammenfällt, nach dem Mond- und Sonnenkalender, wie tatsächlich zum Ostertermin bei der Auferstehung Christi. Also verschiedene Spekulationen und Berechnungen haben hier eine Rolle gespielt. Und dafür war man natürlich auch besonders sensibilisiert gegenüber solchen Himmelserscheinungen. Es gibt aber durchaus auch ähnliche Erwartungen in manchen Bereichen der islamischen Welt. Da gibt es auch verschiedene Berechnungen, dass hier dann die Wiederkunft des Propheten zu erwarten sei. Oder auch im buddhistischen, etwa im Japan, Mappo, also ein Zeitalter der Endzeit, dass man aus buddhistischen Berechnungen hier glaubte, rekonstruieren zu können. Also, wenn man so will, das ist früher, 11. Jahrhundert, das ist so global ein bisschen eine erregte Zeit in verschiedenen Religionen. Natürlich nicht alle zum selben Datum, das wir selber ja, aber in der Zeit haben verschiedene Religionen einiges erwartet und da haben wir auch eine gewisse Häufung von solchen Himmelserscheinungen, wenn man, wenn man so will, besonders sensibilisiert war und auch noch einmal besonders oft genau aufgeschrieben hat, was man gesehen hat. Und dieser neue Stern im Jahr 1006, der hier eben in St. Gallen und in Kairo beobachtet wird, das wissen wir heute, ist tatsächlich eine Supernova-Explosion gewesen im Sternbild Wolf, jener, die im New General Catalog, das ist eine der systematischen Erfassungen von astronomischen Objekten, unter der Nummer 5882 verzeichnet ist. Und Sie sehen hier, diese Supernova-Explosion, eben wie wir heute wissen, wurde tatsächlich beobachtet von Westeuropa, über Venedig, den mittleren Osten, bis nach China und Japan. Also wurde global hier wahrgenommen und die Überreste dieser Explosion sind bis heute, also natürlich mit einem sehr guten Fernrohr, mit einem sehr guten astronomischen Fernrohr oder eben auch mit dem Hubble-Teleskop, also vor allem mit dem Hubble-Teleskop auch sichtbar. Da sehen Sie hier, das sind Fotografien und hier noch einmal, also in diesem Nebel im Sternbild Wolf ist dann das unmittelbar, das ist der Überrest dieser Sternenexplosion und da sehen Sie auch noch einmal für die Landkarte gegeben, wo überall diese Sternenexplosion, also diese Supernova 1006 beobachtet wurde. Das ist ja wirklich ein globales Ereignis, das eben auch die Zeitgenossen, wie erwähnt, auf Grundlage verschiedener Erwartungen durchaus beunruhigt hat. Vielleicht Ihnen noch bekannter ist eine andere Supernova, die normalerweise mit Beobachtungen, ähnlichen Beobachtungen im Jahr 1054 verknüpft wird und das wird normalerweise verknüpft mit Überresten, die man im Krebsnebel lokalisiert hat, im Sternbild Krebs und tatsächlich gibt es Beobachtungen aus dieser Zeit, im Juli 1054, sowohl aus China als auch aus Kairo, wobei es ja eine gewisse Debatte gibt, also ob genau, weil die Position etwa, die in den chinesischen Texten angegeben wird, nicht genau mit dem übereinstimmt, wo man heute den Krebsnebel sieht, also da gibt es eine gewisse Debatte, ob jetzt der Krebsnebel tatsächlich das Objekt ist, das hier dann 1054 beobachtet wurde. Ungleich ist auch, ob man hier auch Beobachtungen annehmen darf, außerhalb des Mittleren Ostens und Chinas, das hängt ja auch, wenn man so will, wieder mit der Witterung zusammen, so hat man auch geglaubt, diese Symbole, die hier etwa auf den Münzen des Kaisers Konstantin XI auftauchen, der dann 1055 stirbt, dass diese Münzen, die Sie hier sehen, links und rechts vom Kaiser, dass quasi diese Strahlen, auch quasi diese Supernova darstellen sollten. Das ist aber auch nicht eindeutig, man findet auch ähnliche Symbole dann in Jahren, wo man überhaupt keine Supernova annehmen müsste und es gibt so jetzt einen rezenten Artikel, der jetzt neue Evidenz bringen möchte, dass diese Supernova auch in Byzanz beobachtet wurde, aber das ist nicht ganz eindeutig. Also wie man so will, die 1054 Supernova ist relativ populär, aber es ist noch nicht alles geklärt oder es gibt ja auch Debatte über genau die Positionierung oder die Identifikation mit den Überresten im Krebsnähen. Wenn wir jetzt von diesen sehr weit über das Sonnensystem hinausreichenden Phänomenen zurückkehren zur Atmosphäre, jetzt im zweiten Teil, ein anderes Himmelsphänomen, das gerade auch im oströmischen Reich und im Mittelmeerraum beobachtet wurde, im Jahr 536, das war der sogenannte Dustwil, also ein Staubschleier, der hier für einige Monate die Sonne trübte. Ein Beobachter, der war Cassiodor, damals ein hoher Beamter im Ostgottenreich, das damals Italien beherrschte und der sich eben hier fragte, was hat das zu bedeuten, frage ich den Ersten unter den Sternen, gemeint ist die Sonne zu erblicken und sein gewohntes Licht nicht zu erleben. Und er schreibt eben auch neben dieser Verdunkelung oder Trübung der Sonne, die eben nicht mit einer Sonnenfinsternis vergleichbar war, sondern lange Zeit anhielt, dass die eben auch Angst verursachte und auch mit Witterungsanomalien herging. Also wir hatten also einen Winter ohne Stürme, einen Frühling ohne mildes Winter, einen Sommer ohne Hitze. Ein weiterer Zeitgenosse, der dieses Phänomen beobachtete und es gibt Beobachtungen von Irland über den Mittelmeerraum bis hin nach China, also auch das war wieder ein globales Phänomen. 1536 ist der oströmische Historiker Prokop. Und der schreibt, in diesem Jahr eignete sich ein furchtbarstes Vorzeichen, denn ohne Strahlen wie der Mond verlor die Sonne das ganze Jahr hindurch ihren Glanz. Sie sah aus, als ob sie großenteils verschwunden sei, da ihr Funkeln nicht rein und wie gewohnt war. Seitdem sich dieses Ereignis ereignet hatte, ließen weder Krieg noch Seuche noch anderes, was Tod bringt, von den Menschen ab. Natürlich rückblickend deutet auch Prokop dieses 536-Ereignis als Beginn einer allgemeinen Notzeit, einer Katastrophenzeit, die dann das römische Reich in den nächsten Jahren heimsuche. Und tatsächlich kann man dann aus den Schilddarstellungen der nächsten Jahre wirklich den Eindruck gewinnen, dass das eine der schlimmsten Zeiten der Menschheitsgeschichte war. Also es ging eben diese Verdunkelung der Sonne einher mit klimatischen Anomalien, mit Missernten und dann auch dem Ausbruch einer großen Seuche, wie wir gleich sehen werden. Und das hat dann sogar die modernen Historiker oder dann die Medien, die das aufgegriffen haben, hier etwa 2018 dazu geführt, zu sagen, das Jahr 536, das wäre das schlimmste Jahr gewesen in der Menschheitsgeschichte oder sogar das schlimmste Jahrzehnte der Menschheitsgeschichte, wie es hier in der Daily Mail einer anderen Zeitung in Großbritannien heißt. Also was geschah dann nach dieser Verdunkelung? Also es kam eben zu einer Reihe von Missernten und dann die große Katastrophe. Aber 541 kommt es zum ersten Auftreten einer Seuche im Mittelmeerraum, zuerst in Pelusio und in Ägypten und die verbreitet sich dann vor allem über die Schifffahrtsverbindungen bis nach Konstantinopel in die Hauptstadt, sogar Kaiser Justinian selbst erkrankt. Man nennt diese Seuche auch die Justinianische Pest, weil sie in seiner Regierungszeit ausbrach und die Seuche verbreitete sich dann im gesamten Mittelmeerraum auch bis hin nach Westeuropa, bis hin zu den britischen Inseln, aber auch im Nahen Osten. Und diese Seuche kehrte auch in Wellen für die nächsten 200 Jahre wieder. Also diese Krankheit wurde offenbar endemisch. Was diese Krankheit war, darüber werden wir gleich sprechen und hat dann immer wieder in regelmäßigen Abständen vor allem auch die großen Bevölkerungszentren im östlichen Mittelmeerraum heimgesucht. Ja, da ist es Pelusio und hier in Ägypten, da taucht die Seuche erstmals im Mittelmeerraum auf. Prokop beschreibt das eben auch, dass diese Seuche erstmals da in Ägypten in Pelusio auftauchte und sich dann vor allem über das Meer verbreitete und dann von den Küsten ins Landesinnere vortrang. Er beschreibt quasi die Seuche fast als ein Agent, ein Akteur mit eigenen Willen und Plänen, der dann bestimmte Regionen zuerst auslässt, dann aber wieder zurückkommt und dann erst recht hat, die Menschen tötet. Also es wird schon auch der Schrecken sichtbar, der hier die Menschen erschütterte angesichts der großen Sterblichkeit, die beschrieben wird. Was war jetzt der Ursprung dieser Seuche? Da gab es vor ungefähr 15 Jahren spektakuläre Hypothesen des irischen Historikers und Experten für Baumringe, die man zur Rekonstruktion früher klimatischer Bedingungen verwenden kann, Mike Bailey. Und der ging aus, dass zuerst diese Verdunkelung, diese Trübung der Atmosphäre vorsorgt gewesen wäre durch so etwas wie einen Kometenimpact, wo eben da die Trümmer die Sonne verdunkelten. Dieser Komet, dieser Einschlag hätte dann ein Erdbeben verursacht und das ist das besonders spektakuläre mit diesen Kometen sein auch, so schreibt er, extraterrestrial poisonous material, also quasi außerirdische Giftstoffe oder vielleicht sogar Erreger, also extraterrestrische Viren in die Atmosphäre gekommen und hätten hier diese Seuche verursacht. Und er verknüpft das eben auch mit zeitgenössischen Deutungen, die davon ausgehen, die Seuche sei verursacht durch eine Vergiftung der Luft, also quasi Giftteilchen seien in der Luft unterwegs und er hat in dem Design sogar von außerhalb der Atmosphäre auf die Erde gebracht worden. Das hat natürlich verschiedene Probleme. Das Größte ist, dass das mittlerweile auch naturwissenschaftlich widerlegt ist. Das andere ist, dass Bailey hier Texte deutet, die ihrerseits ja auf eine Deutung zurückgehen, die in der antiken Medizin etabliert wurde durch Hippokrates, den berühmten Arzt des 5. Jahrhunderts vor Christus, der davon ausging, dass solche Massenerkrankungen, Epidemien, tatsächlich verursacht würden durch Miasmata, also Verunreinigung in der Luft. Deswegen war auch dann immer bis das 18. und 19. Jahrhundert die Idee, wenn eine solche ausbricht, dass man versucht, die Luft zu reinigen, durch Feuer, durch wohlriechende Aromastoffe, um diese Miasma da zu vertreiben und daraus eben auch dann die Beschreibungen. Also das ist eben die, die das im 6. Jahrhundert so beschreiben, die beschreiben das quasi auf der Grundlage ihres naturwissenschaftlichen Wissens und das heißt aber nicht, dass man hier davon ausgeht, dass man hier jetzt aber gleichzeitig eine Beschreibung haben würde, nach modernen naturwissenschaftlichen Maßstäben, die dann verknüpft werden könnte mit dieser Idee von Bailey. Tatsächlich ist es so, mittlerweile in den letzten 10 Jahren ist es gelungen, in verschiedenen Gräbern mit Opfern dieser Seuche in den Skeletten mit modernsten paläogenetischen Methoden die genetische Signatur des Krankheitserregers zu identifizieren und da ist jetzt eindeutig bewiesen, es handelt sich dabei um Yersinia pestis, also das Bakterium, das die Beulenpest verursacht. Das hat man schon lange auch vermutet, dass es sich bei der Justinianischen Pest tatsächlich um eine Beulenpest handelt, so wie auch im Spätmittelalter beim Schwarzen droht. Man hat aber hier jetzt den genetischen Beweis und es werden Monat für Monat oder alle paar Monate auch neue weitere Befunde herbeigebracht, die das eindeutig belegen, dass es sich um Yersinia pestis handelt. Man hat mittlerweile auch solche genetischen Funde gemacht für andere Ausbrüche der Pest, also auch schon für die frühesten, also für den spätesten Ausbruch im 19. Jahrhundert, wo solche Erreger immer noch kursieren, in verschiedenen Pestherden in Zentralasien, in Afrika, aber auch etwa im Südwesten der USA. Dann ein anderer Zweig, das sind quasi verschiedene Vertreter, verschiedene Varianten dieses Bakterienstamms bei Yersinia pestis. Ein anderer Zweig, das sind die Erreger, die den Schwarzen Tod verursacht haben im 14. Jahrhundert, dann eben die Erreger der Justinianischen Pest und die ältesten Erreger wurden mittlerweile gefunden in Gräbern aus dem Neolithikum und aus der Bronzezeit, 4000 Jahre und zum Teil noch älter und da zeigt sich auch, dass es hier eine evolutionäre Entwicklung gab. Schon in dieser Zeit kam es zu einer Mutation des Erregers in die Richtung, die das Yersinia pestis Bakterium noch viel gefährlicher machten, weil dann eine effektivere quasi Art und Weise entwickelt wurde vom Bakterium über die Flöhe von Nagetieren sich verbreiten zu lassen. Also die frühere Varianten hatten diese Möglichkeit, wenn man so will, noch nicht und diese Mutation ermöglichte es dann, Yersinia pestis sich noch effizienter zu verbreiten, wobei im Yersinia pestis primär mal eine Erkrankung ist von Nagetierpopulationen, also die primären Werte, das sind die Parasiten, die Flöhe von Nagetieren und anderen Wildtieren und erst dann sekundär kann es dann zu einem Überspringen kommen auf menschliche Populationen. Diese genetischen Rekonstruktionen haben auch einige Vermutungen geweckt, wo der Erreger da des 6. Jahrhunderts herkam. Die höchste Konzentration heute von solchen Pesterregern und manche von denen sind auch, wenn man so will, Verwandte dieser früheren Varianten des 6. oder des 14. Jahrhunderts, findet man in Innerasien unter anderem in der Jinghai-Region, das ist im Nordwesten Chinas und im Nordosten Tibet. Das hat aber auch damit zu tun, dass man von dort, weil dort die Pest immer noch ein Problem ist, sehr viel mehr moderne Pestgenome hat, als aus anderen Regionen der Welt. Also das ist, wenn man so will, auch eine gewisse Verzerrung aufgrund der Evidenz, die da ist. Und wo jetzt genau der Erreger des 6. Jahrhunderts herkam, ist immer noch, wenn man so will, hypothetisch, eine Idee ist, dass aus Innerasien sich entwickelte und dann unter anderem über die Handelsrouten etwa zum Indischen Ozean und von dort gab es regelmäßige Schiffsverbindungen nach Ägypten, ins Römische Reich, dass er dorthin sich verbreitet hat und in Ägypten tauchte er dann das erste Mal in unseren Quellen und im Mittelmeerraum auf. Aber wie gesagt, das ist nach wie vor hypothetisch. Ich bin jetzt auch beteiligt an einem Publikationsprojekt, wo man jetzt versucht, diese gesamte Evidenz auch aus Innerasien und aus Ostasien zusammenzubringen, um hier das vielleicht auf etwas stärkere Füße zu stellen oder auch allenfalls zu widerlegen oder eine andere Hypothese zu entwickeln. Was wir auch wissen, weil wir jetzt wissen, dass es sich um Pest handelt, dass der Pesterreger eben in diesen Nagertier- und Wildtierpopulationen kursiert, dass aber eben die Wahrscheinlichkeit, ob dieser Reger dann auch auf Haustierpopulationen oder dann auf die Menschen überspringt, auch mit klimatischen Schwankungen zu tun hat. Also das Klima, klimatische Anomalien spielen hier eine Rolle. Hier hat man eine Beschreibung von Bruce Campbell in seinem Buch über das Spätmittelalterliche. Pest, wo er das auch noch einmal schildert, dass eben vor allem auch Abfolgen von sehr feuchten und sehr trockenen Perioden zuerst zu einem, quasi einer Bevölkerungsexplosion dieser Nagertiere und ihrer Parasiten beitragen können und wenn eben aber dann die Bedingungen schlechter werden, dass dann diese Parasiten sich quasi andere Wirte suchen und dann etwa auf Haustierpopulationen überspringen können oder dann eben auch auf den Menschen. Also dass sich dann hier die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann und das eben dann aus einer Zoonose, also einer unter Tieren kursierenden Krankheit eine Pandemie werden kann, die tatsächlich global menschliche Populationen heimsutzt. Und das, diesen Zusammenhang kann man auch hypothetisch eben jetzt vermuten für diesen Pestausbruch 541. Wir haben 536 eben dieses Dust Wheel Event, also diese Verdunkelung der Sonne und die führt tatsächlich zu einer spürbaren Abkühlung. Sie sehen hier rot, das sind Daten aus den aus den Alpen und blau aus dem russischen Altai und wir haben quasi im selben Jahr eines der kältesten Jahre überhaupt, dass das registriert werden konnte in diesen Zeitreihen und dieser kälteste Jahr, das ist auch dann der Beginn einer stark kälteren Periode bis Mitte des 7. Jahrhunderts der sogenannten spätantiken kleinen Eiszeit. Also eine sehr turbulente Periode auch klimatisch gesehen. Was ist jetzt die Ursache, wie man so will, für diese klimatische Schwankung, die dann vielleicht auch den Pestausbruch mit gefördert haben könnte? Da hat man schon lange vermutet, dass es sich um einen großen Vulkanausbruch handelt, also die Idee von Bailey mit diesem Meteoriteneinschlag, das blieb immer, wie man so will, seine Meinung oder eine Minderheitenmeinung. 536 beschreibt etwa Prokop wieder, dass der Vesuv Unruhe machte, also der auch Pompeji zerstörte 79 nach Christus, aber dann nicht ausbrach. Es kam dann nicht zu einem Ausbruch. 536 Prokop verweist aber auf einen anderen großen Ausbruch, des Vesuv 472, wo dann die Asche des Vulkans sogar bis Konsternopel getrieben wurde und dort dann große Unruhe verursacht hat. 536 welcher Vulkan hier verantwortlich ist, weiß man nicht. Die Spuren dieses Vulkanausbruchs haben wir mittlerweile identifiziert in Bohrkernen in Grönland, weil eben auch die chemische Zusammensetzung dann auch sich der Niederschläge verändert durch solche Vulkanausbrüche und diese chemischen Veränderungen man dann auch in den Niederschlägen und dann in dem Eis, das sich dann ablagert im grönländischen Eis nachweisen kann und man hat auch nachgewiesen, es gab offenbar eine zweite große Eruption 540 und diese beiden Eruptionen relativ kurz nacheinander haben dann auch als Katalysator gewirkt für diese Abkühlung zur spätantiken kleinen Eiszeit. Welche Vulkane hier die Ursache waren ist nach wie vor am Stritten 536 ist ziemlich unklar 540 gab es die Idee das zu verknüpfen mit einer gewaltigen Eruption des Ilopango in El Salvador in Mittelamerika aber auch das ist mittlerweile unklar weil es ja jetzt neue Datierungen gibt das ist auch die wenn man so will das ein eingängiges Phänomen bei diesen Forschungen wo man auch sehr stark sich mit den Naturwissenschaften austauschen muss dass hier neue Daten sehr rasch auch wieder neue also bestehende Hypothesen entwerten und zu neueren Überlegungen führen müssen also deswegen auch diese Idee von Bailey mit diesen Giftstoffen aus der äußeren aus dem aus dem Aussiedischen wie man so will dass die etwa auch gänzlich widerlegt ist solche Vulkanaerosole wie gesagt die können eben optisch einmal wirken indem es hier zu Trübungen in der Atmosphäre kommt auch zum Teil zu solchen Streuungserscheinungen also auch solche Haloerscheinungen könnten zum Teil mitvorsacht werden durch vulkanische Eruption aber vor allem ihre klimatischen Auswirkungen spielen eine Rolle also zum einen können sie die Sonne in Strahlung reduzieren also zur Abkühlung beitragen aber das haben auch neue Forschungen gezeigt das kann auch sehr unterschiedlich sich regional auswirken also das kann auch zu einer Reduktion der Niederschläge führen oder sogar zu einer Hitzewelle weil diese Aerosole dann im Zusammenspiel mit der Atmosphäre in einer jeweiligen regionalen Konstellation ganz unterschiedlichen Impact haben können also insgesamt wenn man so will führen solche Vulkanausbrüche auch wenn sie besonders groß sind auch für ein bis zwei Jahre danach zu klimatischen Turbulenzen aber in sehr unterschiedlicher Ausprägung ein Parallelbeispiel ist etwa 1815 der Ausbruch des Tambor in Indonesien wo es dann 1816 das berühmte Jahr ohne Sommer gibt das ja auch dann verschiedene also die Himmelserscheinungen etwa haben zum Teil offenbar inspiriert die Mary Shelley für die Verfassung des Frankensteins aber eben auch dann eine große Hungersnot verursacht ein anderes Beispiel vermutlich ein vulkanischer Extremwinter wobei es auch da jetzt neuere Überlegungen gibt ist 736 zu beobachten der Winter 736 764 war extrem kalt und das wird auch beschrieben von Augenzeugen von Irland über das Frankenreich wieder Italien bis hin zum Byzantinischen Reich und für das Byzantinische Reich gibt es die Beschreibung dass da sogar Teile des Schwarzen Meeres von der Krim bis hinunter nach Konsternopel zugefroren sind und das Konsternopel selbst dass der Bosporus zufrore und Menschen dann quasi zu Fuß von Asien nach Europa gehen konnten und da sogar dann Eisberge quasi am goldenen Horn vorbeischwammen der das beschreibt das war Theophis Theophanes Konfessor der damals ein kleiner Bub war und der auch dann schreibt dass er dann mit seinen Freunden auf einen von diesen Eisbergen hinaufgeklettert ist und dieses Phänomen eines gefrorenen Bosporus das ist noch später auch zu beobachten etwa an Höhepunkten der kleinen Eiszeit im 17. 18. Jahrhundert oder zuletzt 1929 und 1954 wo diese Bilder gemacht wurden wo tatsächlich auch der Bosporus Zufra und man dann quasi drüber marschieren konnte über diese Meerenge natürlich auch wie Theophanes schreibt am Ende das hat auch damals die Menschen in Kunst in Opel sehr beunruhigt dieses quasi spektakuläre aber eben auch unerwartete Witterungsphänomen Wir sind jetzt dann schon in der zweiten Höhe des 8. Jahrhunderts angelangt und komme jetzt zum letzten Phänomen das ich auch beobachten möchte das ist das sogenannte 775 Event auch genannt das Miyake Event weil Fusa Miyake ein japanischer Forscher als erster quasi dieses Phänomen entdeckt hat man nennt es auch das Charlemagne Event also Karl der Große Wett ist wenn man so will jetzt zumindest im Westen der berühmteste Herrscher ist der damals regiert hat Miyake und so ein Team entdeckten das zuerst im Baumringen aus Japan dass es hier an bestimmten Schichten die eben auf diese Zeit 775 und 775 datiert werden können dass es hier einen enormen Peak eine Spitze gab in der Konzentration des Kohlenstoff 14 Isotops jetzt entsteht Kohlenstoff 14 damit kann man auch diese Datierungen machen die C14 Methode quasi natürlich durch den Kohlenstoff Zyklus auf unserem Planeten aber diese Konzentration war durch quasi die normalen Zirkulation von Kohlenstoff und Kohlenstoff Isotopen in der Atmosphäre nicht erklärbar sondern nur dadurch dass hier von außen durch besonders energiereiche Strahlung die C14 Produktion noch einmal besonders in der Atmosphäre angeregt wurde und woher diese Strahlung kam dafür gab es verschiedene Hypothesen die spektakulärste war natürlich von einem Ereignis weit außerhalb eines Sonnensystems vielleicht einer Supernova Explosion oder einer nachfolgenden astronomischen Erscheinung nach einer Supernova Explosion Die andere Möglichkeit wäre gewesen wie wir sehen werden das ist auch mittlerweile die wahrscheinliche dass das durch unsere Sonne im Sonnensystem verursacht aber zuerst einmal einige der ersten Publikationen gingen davon aus das ist nur erklärbar durch einen Gammastrahlen Blitz also quasi durch einen gewaltigen Ausstoß von geladenen Teilchen durch ein Himmelsphänomen weit außerhalb unseres Sonnensystems das waren so die ersten Publikationen da gibt es auch schauen wo man das dann auch popularisiert hat man hat dann berechnet ja dass diese Strahlung die müsste quasi die Stärke gehabt haben von 13 Hiroshima Bomben die da unseren Planeten getroffen hat und man ging davon aus dass es hier sich um die Folgen etwa einer Supernova Explosion handelte oder sogar um die Kollision zweier Sterne und die würden dann in solchen gewaltigen Strahlungs Ausbruch einen da sehen sie wieder das kann sie innerhalb von ein paar Monaten ändern doch wieder relativiert wenn man berechnet hat so gewaltig war jetzt der Ausbruch nicht dass man einen Gammastrahlenblitz braucht und vor allem es gibt in der Zeit keine Beobachtungen von Supernovae das muss jetzt nicht unbedingt was heißen es sind natürlich nicht alle Supernovae auch beobachtet worden auf der oder man nicht unbedingt aufgeschrieben aber im im Gegensatz zu 1006 oder 1054 gibt es das für 775 nicht was man aber hat sind andere Himmelsphänomene da wird eben berichtet im anglosächsischen England dass es hier Kreuzzeichen gab oder rote Phänomene am Nachthimmel und einer der Forscher der auch der Pionier Arbeit geleistet hat ist der junge Japaner Hisashi Hayakawa der sowohl Geschichte studiert hat als auch Astrophysik und da sich also wirklich spannende Arbeiten immer wieder publiziert auch mit einer Neudeutung historischer Quellen und er hat sich auch diese Berichte angesehen und da war jetzt die Frage was ist das was da beschrieben wird natürlich Kreuzzeichen wie gesehen wie es wieder die sind auch in England im 8. Jahrhundert schon Christen also Kreuzzeichen will man dann schnell wo erkennen man hat dann auch gedacht vielleicht waren es so halle Erscheinungen wie Kaiser Konstantin 312 weil auch das Christogramm auf Münzen in dieser Zeit im anglosächsischen England vorkommt aber wie gesagt da haben wir schon ein Vorbild bei Konstantin das muss jetzt nicht aus dem sein was man damals gesehen hat und Hisashi konnte dann doch eher wahrscheinlich machen dass es sich um Polarlichter handelte die eben auch Sie kennen das vielleicht aus dem Fernsehen die so streifenförmig ausschauen aber solche Polarlichter können auch so ähnlich ausschauen wie solche Sterne oder wenn man so will auch Christogramm artige gibt es hier auch historische Beobachtungen Darstellungen und auch da Polarlichter möglich sind die man in Richtung Christogramm deuten könnte und aus diesen Deutungen dass es sich hier um Polarlichter handelt und dass es damals offenbar eine besonders starke Frequenz gab von solchen Polarlichtern auch in Gegenden wo sie sonst weniger oft auftreten wie etwa in England hat man eben auch geschlossen dass dieses Ereignis von 774 und 775 ein solares Ereignis war also auf unsere Sonne im Sonnensystem zurückzuführen ist eben wie gesagt die Sonne strahlt regelmäßig natürlich Strahlung auf die Erde ab das ist gut aber da sind eben auch hochenergetische Teilchen dabei die durchaus anrichten könnten wenn sie nicht durch unser Magnetfeld abgeschirmt werden aber durch diese Interaktion zwischen dieser Strahlung und dem Magnetfeld entstehen dann solche Phänomene wie das Nordlicht die Aurora Borealis und wenn eben hier besonders viel so diese energetischen Strahlung auf die Erde eintrischt dann kann es auch zu besonders starken Aurora Borealis Phänomenen kommen oder auch weit südlicher in weit südlicheren Breiten als das sonst und die Ursache dafür sind eben besonders machtvolle Sonneneruptionen Flares wie Sie hier einen sehen ein beeindruckendes Bild Sie sehen auch hier den Link wo das Bild herkommt oder sogar koronale Massenauswürfe wo dann wirklich millionenweit in den Raum hinein da hier dann zu solchen Ausbrüchen von der Sonne kommt und wo ihm dann auch besonders viel geballte Strahlung auf die Erdatmosphäre trifft und das hätte heutzutage wirklich dramatische Auswirkungen wenn man so ein ähnliches einen ähnlichen Ausbruch erleben würde wie 775 auf unsere technische Infrastruktur von den Satelliten und den Raumstation und der Erdumaufbahn bis hin zu allem was wir haben an elektrische Infrastruktur das würde großen Schaden nehmen wenn das ähnlich stark eintreffen würde wie 775 und davon warnen ja auch Forscher dass das einmal passieren kann aber im Jahr 775 gab es keine solche technische elektrische Infrastruktur die gestört werden könnte deswegen haben das die Zeitgenossen eigentlich nicht wahrgenommen bis eben auf diese Solarlichter Polarlichter und wie gesagt die Hammer in England und die Hammer das ist wieder ein Artikel von Hisashi Hayakawa sogar im Norden Mesopotamiens also im Südosten der Türkei im Norden des Iraks wo es eigentlich sonst über höchst selten Polarlichter gibt und schon gar nicht in der Stärke wie sie beschrieben werden etwa in dieser Chronik von Zucknin die Chronik von Zucknin das ist ein Kloster bei Amida Diabakr im Südosten der Türkei diese Chronik wurde um das Jahr 775 verfasst also genau in der Zeit das ist unmittelbar ein Augenzeuge und da wird eben beschrieben dass hier solche Himmelserscheinungen sichtbar waren in einer späteren das ist natürlich eine Kopie der ursprünglichen Handschrift aber da wurden auch dann sogar Zeichnungen angefertigt von diesen Polarlichtern und das ist ein weiterer Hinweis darauf dass hier es mit einer Solaren Aktivität zu tun haben die solche Polarlichter sogar weit nach Süden bis in den Nahen Osten verursachte wieder umstrittener ist ob diese solare Einstrahlung von 775 neben diesen Phänomenen wie den Polarlichtern auch klimatische Auswirkungen hatte da gibt es Berechnungen etwa von Timothy Suchodolov wie Sie hier sehen dass hier quasi auch diese erhöhte energetische Strahlung auch die Atmosphäre so beeinflusst hätte dass es hier zu klimatischen Turbulenzen gekommen wäre und da gibt es jetzt verschiedene Modellrechnungen das ist jetzt aber nicht allgemein anerkannt oder es ist noch umstritten ob man das tatsächlich so deuten kann Faktum ist dass es zumindest einige Jahre danach 779 87 zu Witterungsturbulenzen und Hungersnöten im Frankenreich kommt die auch erstmals Karl den Großen dazu bewegen da bestimmte Maßnahmen zu setzen das heißt ja das würde vielleicht zusammenpassen aber ob das jetzt wirklich durch dieses 775 Ereignis vorersorgt wurde das ist wie gesagt unklar da können auch andere wenn man so will irdisch atmosphärische Schwankungen eine Rolle spielen das 8. Jahrhundert wir haben gesehen 763 haben wir etwa diesen extremen Winter ist insgesamt ist gekennzeichnet dieses 775 Ereignis ist aber mittlerweile global nachgewiesen also die ersten Befunde waren aus Japan mittlerweile haben wir ähnliche C14 Peaks weltweit wahrgenommen Sie sehen ja das sind diese blauen runden punkter wo solche Funde gemacht wurden oder etwa auch in der Beryllium Konzentration von verschiedenen Sedimenten konnte ein solches Ereignis nachgewiesen werden und das Interessante ist weil man dann drauf gekommen ist man sollte achten auf diese C14 Peaks man hat einen weiteren identifiziert für das Jahr 993 da kam es zu einer kleinen aber durchaus ähnlichen offenbar solaren ausbruch und auch das haben wir mittlerweile verknüpft mit einer erhöhten Sonnenaktivität und auch da ist interessant auch 993 kommt es dann 993 94 zu Sichtungen von in Irland in England etwa Tietmar von Merseburg beschreibt solche Phänomene und auch wieder bis nach Ägypten also bis Kairo wird das beobachtet und man verknüpft dann das wieder als Unheilsboot etwa bei Tietmar und sagt dann danach kracht eine Hungersnut aus das ist wieder wenn man davon diese Hypothese ausgeht dass solche solaren Ausbrüche auch das Klima kurzfristig in Turbulenzen bringen könnten ist jetzt die Frage also ist das tatsächlich auch naturwissenschaftlich irgendwie begründbar oder ist es wieder nur die Deutung der Zeitgenossen die hier wieder ein Himmelsphänomen als Vorboten von Unheil das danach Ausbrach gedeutet haben und 993 sind wir natürlich wieder um das Jahrtausend herum wie schon erwähnt Endzeiterwartungen und damit nämlich eine besondere Häufung wie gesagt die Menschen besonders sensibilisiert haben auch besonders eifrig alle diese Himmelsereignisse niedergeschrieben das ist etwa hier eine Liste aus dem Buch von Wotzenjagd wo sie zwischen 993 und 1012 fast jedes Jahr irgendeine Beobachtung sehen die verschiedenen Ursprungs Kometen eben diese Polarlichter Sonnenfinsternis all das wird hier dann besonders sensibel verzeichnet eines der noch früheren solches Ereignis wurde ja auch jetzt rekonstruiert aufgrund von Baumringen und anderen Sedimentdaten für die Zeit 6660 vor Christus jetzt nur quasi der Vollständigkeit halber da sind wir natürlich weit vor dem Mittelalter auch da kam es offenbar zu einem solchen Ausbruch und da ist das Interessante das hat jetzt wieder der der hoffentlich nächstes Jahr nach Wien kommt da müsste man schauen dass man mit ihm auch einen Vortrag macht damit man das ganze faszinierende Material vorstellt das er da gesammelt hat hat zum Beispiel dann mit Hilfe von Experten für assyrische Keilschrift Texte solche Beschreibungen auch gefunden die auch darauf hinweisen dass damals solche Solarlicht Polarlichter auch wieder im neuerlichen Irak im Asyrischen Reich beobachtet wurden so wie 775 also passt wieder zusammen und wieder auch zusammen passen würde aber unklar ist wieder auch wir haben dann auch eine besonders ausgeprägte Dürrezeit der allerdings schon um 700 vor Christus beginnt aber in der Peak sehen sie hier auch um 650 660 vor Christus ja also wenn man so will die Assyrer haben das sicher als Unheilszeichen gedeutet aber erneut ist unklar ob man jetzt diesen naturwissenschaftlichen Zusammenhang machen kann aber wenn man so will wir haben jetzt doch 775 993 jetzt auch 660 vor Christus gewissen Zusammenhang das wird weitere Forschung erweisen aber es ist natürlich eine interessante Korrelation und ein noch früheres Ereignis wurde jetzt auch rekonstruiert wieder von Miyake für die Zeit um 5480 vor Christus da haben wir natürlich das Problem da haben wir keinerlei Schrift Schriftlichen Aufzeichnungen also keine Keilschrifttafeln und keine Chronisten die irgendwas beobachten also beobachtet hat sicher vielleicht Polarlichter aber es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen und das ist natürlich das Problem bei diesen Dingen auch in die Zeit wo man schon schriftliche Aufzeichnungen haben dass es wie gesagt es geht darum hat es wer beobachten hat es wer beobachten können wurde es niedergeschrieben gibt in der Mittelealtantik es keine Schriftlichkeit gab es haben diese schriftlichen Aufzeichnungen überhaupt überlebt dann wie verlässlich ist das was aufgeschrieben wurde welche kulturellen Filter sind dann auch in den Köpfen und beeinflussen das was beschrieben wird also das alles macht es sehr komplex das heißt diese Kombination von diesen naturwissenschaftlichen Daten mit den historischen Daten ist ein auch ein Unterfangen das bestimmte Fallstricke in sich birgt und da muss man eben ganz genau anschauen was die Quellen tatsächlich für eine Absicht haben aber wie gesagt 5.480 vor Christus da kann der Historiker der jetzt mit Schriftquellen arbeitet nichts beitragen weil da haben wir noch keine und damit komme ich auch zum Ende also wie jetzt auch schon angedeutet diese Zusammenarbeit zwischen Natur und der Geisteswissenschaft und da geht es eben darum um die Sichtbarkeit die Messbarkeit die Wahrnehmung und die Deutung durch die verschiedenen kulturellen Prismen die hier eine Rolle spielen und wie gesagt das muss man eben ganz genau auch kombinieren diese verschiedenen Wissenschaften auch in ihren Unschärfen also auch die naturwissenschaftlichen Datierungen haben ja oft eine Schwankungsbreite die Datierungen aus den historischen Quellen auch aus den archäologischen Befunden haben oft eine Schwankungsbreite es ist dann oft verführerisch dass man das irgendwie zusammenfügt also irgendein prominentes Ereignis mit irgendeinem naturwissenschaftlichen Phänomen auch wenn das jetzt nicht ganz genau zusammenpassen würde aber die Schwankungsbreite wie man sie will wird es hergeben da muss man sehr vorsichtig sein und wie gesagt das ist ein ständiger Prozess der immer auch wieder einige Monate später neue Überraschungen mit sich birgt gerade auch das was ich oft in den Medien lesen sind sie auch kritisch oft wird es auch noch einmal verkürzt durch die Medien oder man will eine besonders spektakuläre Schlagzeile und es kann aber sein dass das dann Monate später sich doch dann als problematisch oder nicht belastbar herausstellt gerade wenn es auch darum geht dass man hier direkte lineare Zusammenhänge postet also dieses eine Naturereignis habe jetzt den Zusammenbruch des römischen Reiches verursacht oder so weiter das das mahne ich zur Vorsicht versuche das auch in meinen zwei Büchern die ich erwähnt habe eher kritisch darzustellen und dass das oft nicht so einfach ist wie es dann auch in Büchern die durchaus bestseller sind aber auch in den Medien dargestellt wird und damit danke ich Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit es gibt auch dann einen Link wo Sie die Folien downloaden können die ich da verwendet habe und ansonsten darf ich Ihnen schon ein frohes Weihnachtsfest wünschen wir haben in weniger als einem Monat schon Weihnachten jetzt Ende November 2021 vor allem bleiben Sie gesund wir sind ja leider jetzt wieder an einem Höhepunkt der Pandemie in Österreich und im Lockdown wieder passen Sie auf und vielleicht gibt es auch dann wieder die Gelegenheit nächstes Jahr dass man sich irgendwo so trifft bei irgendeinem Vortrag den man dann wieder physisch halten kann vielen Dank und ja alles Gute